SCHNAUZE JETZT und heute Mittag auch noch mal kurz war gar nicht mal was mache ich denn jetzt für eine Kacke war gar nicht mal so schlecht also für den Anfang zumindest und äh ja ja und auf jeden Fall spiele ich das jetzt die letzten Tage echt öfters und finde das echt cool und versuche das jetzt einfach ein bisschen auf Video festzuhalten und baue mich direkt zu meinem Gegner rüber ich habe eben schonmal glaube ich auf wieder Map gespielt da habe ich richtig gut gespielt botte ich aber noch keiner in die Mitte ach egal fuck der hat mich bemerkt egal ist hier einfach jetzt Solo drauf ich bin so dumm ich bin so dämlich ich bring dich einfach beim so das kann auch nur mir passieren ey das gibt's doch nicht egal nächstes try solange der wichser sich nicht zu mir baut hm 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 nicht Ich bin das ziemlich rutsch wenn ich jetzt auch gerade schon mal ein bisschen beruhigst da So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich ihn am besten So, den ersten schon mal zerstört Jetzt baue ich mich mal schnell wieder zurück Ok, da bin ich wieder sauer So, der erste schon mal gerackt Und das nur mit minimalem Equip Aber, weiter geht's Den habe ich zerstört Ein paar Infos, zum einen FSB geht leider nicht mehr Wir haben noch ein paar Folgen, ich kann euch schon mal spoilern Die werden nicht mehr hochgeladen Der Simon hat gewonnen War ja auch klar Aber, ich bin ja fast da Und, äh Ja, mein PC hat sich komplett aufgehangen Es ging gar nichts mehr Ich muss ihn komplett zurücksetzen nochmal Und jetzt ist er halt, äh Fuck, der Der Bogen, der Wichser Ach fuck, das Blatt ist schon weg Ich bin so dumm, ey Der Bogen aufgehangen Zum weg rüber Na da oben ok Baue ich mich mal da hoch Fuck das hat nicht geklappt aber egal wenigstens habe ich ihm sein Bett schon mal zerstört dann renne ich gleich darüber und kill den noch das gibt wenigstens schon mal eine das war jetzt aber trotzdem bisschen dämlich von mir da ist einer in der Mitte beim Gold ich bin einfach so blöd schon mal auf kein Eisen oder so juck mich einfach nicht ich gebe mir Mühe ihr hört daneben wahrscheinlich meinen kleinen Bruder ok da ist das Bett noch komplett frei da baue ich mich jetzt hin boah jetzt habe ich gerade ein paar Legs nicht ausgerechnet jetzt wo ich so einen mega Lauf habe ok der ist gerade gestorben dann baue ich mich schnell zu mir rüber da hat er noch kein Equipment hat da kommt mein Bruder der hat auch jetzt übrigens einen Youtube Kanal dazu wird auch noch ein paar Infos geben oh mein Bett ist das einzige was noch steht verdammt jetzt wollte ich das Bett weg machen ok der Wichser kommt wir sind die Einzelnen noch die lieben ok dann zerfick ich den Mann ne ne ich ich begebe mich einfach auf eine Base dann kriege ich den besser runter geballert ach wie ich bin die ganze Zeit so und hab einfach alles zerstört oh fuck der Wichser hat nen Bogen achso der hat nen Bogen ja noch geiler nice warte bis der kommt warte bis der kommt schacken jetzt runter wenn der kommt schacken jetzt runter wenn der kommt schacken jetzt runter wenn der kommt Falsche Richtung falsche Richtung ok egal ich krieg den immer noch gekillt pass auf mein Bett ist das eines was noch da ist der ist nicht bei mir das war nicht meine Base ich hab mich zu dem letzten Bett rüber gebaut was noch war da ist er da ist er schacken jetzt runter ja was soll ich denn machen der hat so nen fuck ach ich hab immer FPS ok wenigstens zwei Betten zerstört und noch jemanden gekillt ok fürs erste mal nicht schlecht ich bin halt voll der Noob aber ich hab alleine gespielt da bin ich sehr zufrieden mit meinem Bruder der ist auch noch grad wie gesagt hier der kann sich jetzt mal verpissen der heißt The Sunny Side der wird verlinkt verpiss dich jetzt und mit dem werde ich demnächst auch wieder aufnehmen und nicht nur demnächst wir werden es zusammen aufnehmen und ein nächster Spoiler ähm es gibt jetzt ein FSB Reloaded und da werden wir alle aufnehmen oder so gut wie alle auf jeden Fall in jedem Team einer und ich bin mit meinem Bruder in einem Team und ja The Sunny Side heißt der Kanal wie gesagt und wir müssen halt noch überlegen wie wir unser Teamname machen oder so und ein paar Besprechungen mehrere Details gibt es später noch ich mache noch ein paar Videos mit Infos und dann erkläre ich auch noch mal ein bisschen kurz wie das mit dem PC passiert ist und ja dann grüße ich noch die Franzi wenn ihr das Video seht habe ich ihr versprochen dann hoffe ich mal dass du bis hierhin drangeblieben bist Franzi und wir sehen uns morgen dann haut rein und schnauze jetzt ne ciao